Ich muss echt sagen, von den ganzen Spielen, die wir bisher gespielt haben, ist das die beste Lobby. Alle Witzman, das ist richtig cool. Trotz war das andere, wo wir am Anfang Basketball werfen können. Ghostwatchers. Ist das das gleiche nochmal? Ja. Jetzt machen wir den Helikopter. Oh weh. Hat der Lift schon so gut geklappt? Helikopter, Helikopter. Also wir brauchen einen Treibstoff und einen Schlüssel. Okay. Ach, das ist echt klar. Du bist dran. Oh, da ist ein Sackgass. Ich habe eine Sicherung schon. Ja und er wischt mich. Hä, er hat mich auch gleichzeitig. What the fuck. Ja genau, sein Hurensohn. Fick dich. Ja genau, sein Hurensohn. Ja genau, sein Hurensohn. Ja genau, sein Hurensohn. Die Sackgassion. Die Sackgassion. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Über den Türschlüssel Ja, über den Türschlüssel nach unten Da wäre auch noch eine zweite Crowbar die übersicherung unter grober aber medikrunden ich schau mal oben beim heli was wir da alles brauchen ich glaube es ist nur schlüssel und hinter treibstoff in der mitte ist ein schlüssel und hinter ist treibstoff glaube ich wie in einer leiche lebt ist sonst schon medikit hinter hinter akku bohrer schon also schlüssel treibstoff akku bohrer brauchen wir für den heli ein heli schlüssel oder ist das einfach nur der tür schlüssel den ich schon habe nein das ist glaube ich ein heli schlüssel, Türschlüssel habe ich vorher probiert danke wie kommt man überhaupt zu dem? ganz uff, über die treppe da oben habe ich einen akkuschrauber gesehen ne es geht wie bist du, afk? du waff die ...bis das Viech weg ist. Super, es läuft mir nach dem Heli hoch. Das ist ein ganzer Viech. Fick dich! Ich bin über dir legt der Medipacker. Ja. Ja, wenn es dabei geht. Ich bin schon auf dem Berg zum Kühen, aber ich brauche gleich noch ein bisschen. Evermind. Mann, ich will jetzt den scheiß Treppe sehen. Oben habe ich einen Kast aufgemacht, da ist ein Akkuschrauber-Dinkel. Ich habe extra nicht mitgenommen. Ich komme. Extra. So. Vielen Dank. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, ist mir ein Problem im Progress, nicht versteckt. Was hast du, wie es mich jetzt geschreckt hat, ich tu eine Klote auf und der Lebstab mir auch. Oh no, das Ding ist immer noch im Stiergerhaus. Oh, ich habe einen Akkuschrauber. Ah, der Mob oder Stock? Nein, irgendwo random kommt da hin. Ich gehe gleich zum Heli hoch und repariere das Ding. Ich glaube ich habe den Benzin. Oder? Ja, Treibstoff. Ich habe eine zweite Sicherung. Und einen Hebel. Der ist ja sicher unterwegs. Aber den Hebel werden wir nicht brauchen. Nein, den Hebel haben wir aber auch nicht gebraucht. Ja, ich nehme nochmal mit, vielleicht ist es ein Hebel für den Heli. Leg ihn mal hoch. Nein, nein, ich habe ihn nochmal eingesteckt. Ja, aber ich meine, legen wir gleich hoch. Sicherungen werden wir eh nicht brauchen. Oder haben wir die vorher gebraucht? Ohne, oder? Kannst du irgendwas aktivieren? Weil ich habe jetzt schon zwei Sicherungen da. Aber ich muss sonst Medipacks liegen. Kann ich nicht sonst Musizierungen, äh Medipacks liegen. Was hat es eigentlich mit dem Knopf da auf sich? Einen Helikopter? Da muss ich zuerst noch anfangen. Ah, warte, ich weiß, wo der Hebel auch nicht hat. Ich habe es gefunden. Eine Tür. Eine Handsicherung. Da ist es? Nein, wo? Ah doch, ich habe beide. Geil. Ich kann irgendeine versteckte Tür aufmachen. Ich habe das Hinterteil repariert. Alter. Der Heli-Schlüssel ist da, wo die Tür ist mit dem Zahlencode. Ich habe einen Zahlencode gefunden. Sieben, äh. Zwei, sieben, fünf, vier. Oh, Bandschuhe. Okay, und wo war die Tür? Ja, das war die mit dem... Ich tue es in die Gruppe, ähnlich schnell. Ja, zwei, sieben, fünf, vier. Hast du es aufgeschrieben, oder? Nein, ich habe es in meinem Kopf gemerkt. Das sind vier Zahlen. Ich frag dich in zehn Minuten noch einmal. Okay, zwei, sieben, fünf, vier. Und ich habe noch einmal einen Akku-Bohrer gefunden. Zwei, sieben, fünf, vier, gell. Und wo ist die Tür mit dem Zahlenschloss? Ich glaub im ersten Stock irgendwo. Also im Erdgeschoss oder im Ober-Erdgeschoss? Im ersten. Oben. Im ersten Ober-Erdgeschoss. Okay, für das braucht man den Hebel. Das ist eine besondere Tür, wo man einen Hebel rein tun muss und zwei Sicherungen. Da ist dann meistens der Zahl-Accord. Okay, Treibstoff ist auch der. Den brauchen wir nur noch einen Schlüssel, oder wie? Und der ist sicher hinter der Zahlenschloss-Tür. Oh, da sind so viele Räume noch nicht geladen. Ich hab einen. So, zwei, sieben, fünf, vier. Jetzt muss ich das noch richtig hin tippen. So. Oh, okay, der hat auch noch fehlen, gell? Und ich hätte noch einmal einen Hebel gefunden. Ah, open. Ich hab... Es ist geopent. Ich hätte jetzt auch eine Kombo-Tür. Ähm, hoffen wir, dass der Heli-Schlüssel dahin ist. Zeig dir gleich, was dahin ist. Was ist denn das? Äh... Ich hab mal den Dorki weg. Ah, eine Sicherung hab ich. Äh, proben wir nicht mehr. Nee, nicht. Nur eine Sicherung. Dann... Slow-Stick. Ein normaler Wrench und ein Glas. Da sind so viele Türen mit einem Brät kaputt... äh, versiegelt. Ja, ich hab einen Grover. Ja, ja, hab ich schon. Ich hab's auch schon. Auf den. Oh, ich hab einen Schlüssel. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Türschlüssel. Da unten legt den Cache, gell. Also, gehen wir zum Heli auf. Ja, da hat Schämen den Schlüssel. Nein. Nee, wir haben nicht den Schlüssel. Für was braucht man die Türschlüssel? Die Tür. Ja, welche? Es gibt ein paar verschlossene Türen. Du musst halt schauen. Die Tür Nummer 7 zum Beispiel geht nicht auf. Ja, der kommt da bei mir. Renn, 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 renn. Tschüss, tschüss, tschüss. Haben wir da zu zweit in einen Schrank? Ja, natürlich. Komm mal hin, oder? Ah, ne hocken. Na, das passt schon so wirklich, du Stück. Also. Gibt's doch, Natasch, nix. Gibt's doch, Natasch, nix. Guck. Jetzt. Dieses, da war er. Hilfe! Kann da niemand mehr helfen? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ist so cool. Untertitelung des ZDF, 2020 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 No, da. Ich habe mir die Kit-Kat. Kommt einmal einer zu mir oder wie schaut man aus? Ich wollte gerade vorhin zu dir, aber da ist das schon g'si Ich bin schon dead Ja cool zum Anstieg, okay, okay, okay Merci Noch ein Türschluss Wo, 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 wo? Wo bist du an? Ich bin verschlossene Tür Ja, ich habe einen Schlüssel Ja, ich bin ja der Aber da liegt noch einmal an den Türschlüssel Und noch einmal der Medipack Da am Boden, hast du genug? Ich habe drei Stück Ach du Scheisse, f*** dich Er ist oben, oder? Er ist oben, Vivi Nein, er ist nicht oben Ja, verdammte Scheisse Ja, so ist es mir auch gegangen F*** Ist er gleich in der Nähe gewesen, oder wie? Ja klar, jetzt holt er mich auch noch raus, weißt du? Ich habe keinen Mucks gesehen Das war glaube ich Das war glaube ich Ich bin nicht der einzige, der noch lebt Was? Aber er kommt jetzt so nicht da her, wenn man redet Aber er kommt da nicht weg Und man hört uns ingame immer noch an, wenn wir am Boden liegen Naja Vielleicht kommt halt die Vielleicht kommt die KI auch einfach nur, wenn wir lebend in der Nähe sind Ja Nice, König Schiff Wann ist das Monster? Warum, hä? Kommt sie mir hin? Na Wow Er zählt schon wieder mich aus dem Kastos, ey, zu kurz Was bringen die scheisse Käste eigentlich überhaupt her? Ja, mach mal, bringt es schon was Ja, mach mal, bringt es schon was Du musst dich halt auch nicht hocken, dass er dich nicht zieht durch das Fernstehen Fuck, hä Der Revibe nimmt auch, gell, gell Das ist jemand, du bist die letzte Woche Ich weiß nicht Fuck, hä Ich glaube das schmecken würde, hä Ich mache den Käste Ich mache den Käste Ich mache den Kästen Ich brauche den Kästen Ohne Feuer, Taschenlampe, glaube ich, noch. Komisch, jetzt reden kann ich mehr, was mit mir. Echt brutal. Ohne. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe leider keinen Medikid mehr Ich habe drei, bei mir liegen drei an Bord Ah, danke! Okay Ah, der ist da abgeschlossene Frau Das ist nicht, ich habe immer noch einen Schlüssel Aber wieso kann man bei den komischen Generatoren am Boden etwas machen? Ja Du hast das auch nicht, das war die erste Level-Oge Hm Wer ist bei der Treppe hinten? Nee, das geht's ja nicht, wo der Scheiß ist Ich bin im Zahlenraum gesinnt Wo war der Zahlenraum? Wo war der unten da oben? Äh, unten Oder war der Zahlenraum, da wo ich jetzt bin? Du musst nur an die Tür hinschauen Ah, nein, ich habe ihn gefunden Ich weiß, was der Raum ist Gibt's denn nicht? Ist nichts Gibt's? 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 Ein bisschen wie die Tür Ich glaube Schau sie Müsstet ihr mit dem Schlüssel das ganze Gebäude haben Wäre voll mies Hinter dir ist das Vieh In dem Raum liegt echt nichts Hast du, vielleicht sieht das wir uns einfach alle beim Helium einfach nur versammlen Naja, du brauchst schon explizit den Schlüssel dort Statt dir da einer Okay. Ich habe den Helikopterschlüssel. Was wirklich? Ja er ist ganz am Anfang am Spawn in einem Kasten oder denen er klargewonchen Uffa war. Also irgendwas nicht an. Wow also Uffa Ich war gerade so süß. Was ist das nett? Da vorne zeigen Jetzt findet er der Werk auf, findet er, glaube ich, Spinn Ja, ups, guck mal da Die zwei Werke auf, ja, ne, find nicht anderen davor In jedem Eck, unten, hinten, links und unten, hinten, rechts Mal müssen Leuchtstellblätter vorlegen Bin ich wieder am Anfang, kurz Da wo du warst, ist schon nicht der Anfang, ja Also am Anfang musst du links laufen Nein, er war im Eingangsbereich, nicht am Anfang E3 durch Ja, du lässt uns warten da die ganze Zeit Nein, jetzt habe ich es gefunden Ich bin zweimal am Lift vorbeigelaufen, aber habe mir nicht merken können, dass es gegenüber vom Lift ist Ja, ich möchte lieber mal wissen, welche Dumpfnase da den Schrank gelotet hat und der Schlüssel wieder liegenlaucht Das ist eine gute Frage, ja Aber der ist schreitförmlich noch am Leben Ja, genau Du lässt immer was legen Na Bei sowas bin ich genau So, also hin jetzt Hä, wir müssen die Kabel durchschneiden Was? Ja, wir müssen die Kabel durchschneiden Haben wir irgendwas? Ja, da die fette Kettenträger Ja, da die fette Kettenträger Ja Ich habe die extra mit aufgenommen, zum schon wieder mit dir aufsägen können Aber irgendwie Ah, wir müssen timen, ok Ich habe Gas bevor das Monster kommt Das sind so Skill-Checks, die man machen muss Schnell, der dreht immer schneller, der Heli Jetzt Boah Alles gut Boah Wie im Video Ja, sicher voll aufwendig Da immer die 5 Sekunden Escape-Animations, diese Filmton Nice We are back to the roots Wow We are back to the roots Nice